Hallo, hier ist Rolf Nellenburg. Wir sind hier, wie eben schon gesagt, mit vier Leuten bei Kilometer 150, 154. Wir hoffen, dass wir gleich loskommen, zum Frühstücken kommen, wie eben ja schon gesagt wurde. Und dass wir heute vielleicht mal ein bisschen weiterkommen. Einen wunderschönen Tag noch und bis später.